Warum? Ja? Warum sind die Russen eigentlich immer die Bösen? Ist das eine ernst gemeinte Frage? Ja, immer wenn einer ein bisschen fast tot umfällt, ja, sind die Russen schuld. Hey, jetzt schon wieder. Wie heißt der? Ne? Ne? Wer? Ja, na, der Typ halt, der was vergiftet worden ist, weiß ich, was scheint's. Ja, der Typ halt, der jetzt nach Berlin ins Krankenhaus gecheckt worden ist, ja? Ne? 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 Walny. Ja, genau, Walny, ja. Hey, der soll auch wieder der Putin gewesen sein. Nicht, oder was? Hey, der Wal, der Walny, ja? Der Walny, ja? Der ist doch jetzt in Berlin, oder? Ja. Vielleicht hat da der Slavik seine Finger im Spiel. Der Slavik? Ja. Hey, meinst du, der ist russischer Agent, oder? Schon wieder Vorurteil. Ja, hey, Moment, hey, du hast doch mit dem Marzahn-Harzler angefangen. Hey, Brüdi, langsam reiten, ja? Hey, dem Marzahn-Harzler, ja? Gehört die eine Hälfte von YouTube, ja? Außerdem, ja? Hey, Russen kann man gar nicht vergiften. Hey, die trinken zum Frühstück schon eine Flasche Wodka, pur. Okay, wenn die Russen nicht immer die Bösen wären, hey, wie langweilig wären dann die Hollywood-Filme? Dann würde ja wieder alles an die Deutschen hängen bleiben. Sorry, Erkan, die Welt muss sich weiter drehen. Das ist ein ewiges Gesetz. Hey, immer die bösen Russen, hey, ist langweil doch, oder? Hey, können einem voll leid tun. Immerhin, hey, bei Doping und Hackern, ja, sind sie top. Eben, Russen, auch immer gute Gegner bei Computerspielen. Battlefield gibt es keine Russen. Ja, das sind die Deutschen, die Bösen. Früher waren die Deutschen die bösen Russen. Ist halt History. Was ist mit Al-Qaida und so, ha? Die versteht doch kein Mensch, wenn die reden, hey. Ja, aber Russische, weil du Russisch kannst, ja? Außerdem haben die Russen auch sexy weibliche Bösewichte. Das fällt bei Kaida ja komplett raus, weißt du? Boah, danke, jetzt hast du zweimal Al-Qaida gesagt. Ja, fettes Merci. Jetzt hört uns die NSA ab. Ja, weil die dein Gelaber interessieren tut. Voll das Vorurteil. Lass mal die NSA da raus. Ja, aber die Russen, ja, denen traust du halt alles zu. Ja, aus Respekt raus. Weil bei denen, wenn einer aufmuckt, der kriegt. Der Agent in England, Giftanschlag. Der Verräter im Tiergarten, Kugelhagel. Aber vielleicht ist der Putin ja unschuldig, hm? Könnte ja sein. Der hat seine Unschuld schon als Teenager aufgegeben. Übrigens wie die Ramona auch damals. Echt, oder was? Ja. Aber der Putin, ja? Der Putin ist Präsi von Russland. Hey, der vergiftet niemand, hey. Das hat der halt null nötig. Alter, der war KGB-Chef. Na und? Hey, du hast früher auch Kaugummi-Automaten aufgeknackt. Trotzdem bist du halt kein Bankräuber. Ja, leider nicht. Hey, wenn der Putin einen loswerden will, ja? Dann sperrt er ihn halt einfach ein, ja? Oder lässt ihn halt anders verschwinden. Vergiften, hey? Das ist so voll 80s und so ens kompliziert. Digga, Digga, Digga. Der muss so Zeug machen. Der muss seine Diktatorenmuskeln spielen lassen. So eine Message an alle potenziellen Aufmucker und Follower. Wer's Maul zu weit aufmacht, bekommt Gift rein. Fett logisch, oder? Ja, verstehe, verstehe. Versteht jeder, Bro. Ja, oder Gulag. Wieso gibt's kein Gulag mehr? Was? Gulag? Bullshit. Meine Mutter hat letzte Woche erst Gulag gemacht. Gulag, nicht Gulash, hey, du Kartoffel. Krass, oder? Details, Details. Gulag, ja? Das sind so krasse Strafgefangenenlager, du Depp, ja? Mach halt ne echte Historie, nicht immer nur Retter der Dämpchen. Ah, ja, sag's halt gleich. Ja, das war immer gut bei Ausbrecherfilmen. Eben, stimmt, oder? Du, die Oksana, die hat doch auch russische Roots. Und hey, die ist voll gut, dass die böse ist. Sexy, oder? He, he, he. Hey, jetzt Achtung, ja? Ich bin auch schon fast vergiftet worden. Was? Was? Wann? Vorgestern Mittag. Krass, vom Putin? Nein, Mann, von deiner Mutter. Mit ihrer fiesen abgeranzten Käsekreiner. Ja, von denen hat sogar der Putin Angst.